Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wir sprechen über das neueste Update von Space Marine 2 und was uns jetzt alles noch erwartet demnächst. Das neueste Community Update vom 31. Oktober 2024 beginnt mit einer heftigen Ansage bzw. eigentlich News für uns alle. Wir wissen jetzt mal, was hier los ist. 4,5 Millionen Spieler sind in Space Marine 2 unterwegs bzw. unterwegs gewesen. Und das ist natürlich eine mega Zahl. Sie bedanken sich ganz herzlich bei uns allen, die wir uns dieses Spiel gegönnt haben und natürlich hoffentlich einige Stunden Spaß drin hatten. Sie betonen dann im Anschluss nochmal, dass sie tatsächlich das Feedback lesen und eine Bestätigung dafür haben wir denke ich schon bekommen, indem sie eben diese Anpassung gemacht haben mit dem neuen Patch. Und da verlinken sie einfach nochmal auf den Beitrag, den wir aber schon in einem Video vorhin abgehakt haben auf dem Kanal. Im nächsten Schritt wird dann eine Vorschau gemacht, nämlich auf die lang erwartete und ersehnte Neo-Volkite-Pistol. Wir haben uns gefragt, für welche Klassen ist diese Pistole denn wahrscheinlich verfügbar? Wir haben jetzt die Antwort, nämlich für den Bulwark, für den Assault und für den Vanguard. Also die drei Klassen können diese Pistole nutzen und wir haben hier auch eine kleine Vorschau bekommen. So sieht das aus. Also mit einem Laserstrahl eine thermische Waffe, wie ihr seht und drei Klassen haben drauf Zugriff. Bin mal gespannt, wie die sich spielt. Aber immerhin haben wir jetzt endlich mal ein Waffen-Update, was ein bisschen mehr Abwechslung ins Game bringt, finde ich. Als Randnotiz wird noch erwähnt, dass es zusätzlich zu dieser Ergänzung mit der neuen Waffe auch Verbesserungen für mehrere Schusswaffen geben wird, die wir bereits im Spiel haben, also tendenziell auch gute News. Dann haben wir hier eine sehr schöne Meldung, nämlich später in diesem Jahr, also etwa Anfang Dezember wird es sein, dass mit großer Spannung erwartete Dark Angel Chapter Pack, also das Cosmetic Update, wird dann kommen. Zusammen wird dann auch noch ein neuer Feind released, nämlich der Zaangor Enlightened. Ich glaube, das ist der, der schon mal gesehen wurde, so ganz im Hintergrund von einem Trailer, der so auf so einer Platte in der Luft rumschwebt. Ich könnte mir vorstellen, dass es der ist, aber korrigiert mich gerne, falls ihr da mehr oder anderes wisst. Und jetzt on top noch, es wird eine neue PvE-Karte kommen, nämlich Obelisk auf Demerium. Also das finde ich jetzt schon mal ganz cool. Sie geben anscheinend tatsächlich Gas, so gut sie können, dass sie mehr PvE-Operations bringen werden. Und jetzt schon im Dezember immerhin noch eine Karte. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dieses Jahr dann nochmal was bringen. Immerhin eine Karte mehr. Sie sind zudem auch dabei, die Waffen mit Block-Eigenschaft zu überarbeiten, weil sie mehrheitlich einfach das Feedback bekommen haben, dass sich die Waffen nicht besonders toll spielen mit der Eigenschaft Blocken. Und da kann ich ehrlich gesagt genauso meinen Senf dazugeben. Ich fand das auch nie besonders begeisternd, mit einer Block-Waffe zu zocken. Ich weiß nicht, hat sich irgendwie nicht gut angefühlt. Und dann hier noch ein kurzes Video zu was auch immer. Ich kann es nicht identifizieren, worum es genau geht. Aber sei es darum, das ist das Update, das wir bekommen haben. Und Sie gehen jetzt hier am Schluss noch auf ein paar Punkte einfach ein mit Feedback. Wir würden gerne eine neue Nahkampfwaffe hinzufügen. Allerdings braucht die Integration auch viel Zeit und Produktionsressourcen. Wir werden auf jeden Fall uns informieren, sobald wir in dieser Hinsicht weiter fortgeschritten sind. Wegen neuen Kampagnen-Missionen sagen sie, dass sie sich eigentlich darauf konzentrieren, mehr Operationen zu machen und mehr in den PvP-Bereich reinzugehen. Also Kampagnen-Missionen, also die Story fortzusetzen, erst mal wahrscheinlich eher weniger Chance darauf. Dann, wir arbeiten derzeit an der Implementierung benutzerdefinierter PvP-Lobbys. Dann können wir die Freunde einladen, haben verschiedene Optionen und das Erlebnis anzupassen. Punkte-Limit, Zeit-Limit, Klassen-Limit und so weiter. Also private PvP-Lobbys gibt es dann auch nicht, nur private PvE-Lobbys. Dann Heretic Astatus Spielball in Operationen. Das wird aufgrund des speziellen Settings von Space Marine 2 der Gestaltung und Operationen sogar des gesamten Spiels nicht umgesetzt werden. Der gesamte Dialog ist beispielsweise so geschrieben, dass Astatus mit anderen Astatus sprechen. Missionen sind auch so gestaltet, dass unsere Charaktere kämpfen und die Kriegsanstrengungen des Imperiums zu unterstützen. Also hier auch keine Aussicht darauf. Fügen sie die Möglichkeiten zu, den Kampagnen-Prolog erneut abzuspielen. Obwohl dies derzeit keine Priorität hat, könnten wir diesen Zukunft in Betracht ziehen. Und dann noch sechstens hier in dem Bereich erwogen wird in Zukunft eine Bonusbelohnung für Spieler, die Quick-Match verwenden. Das überlegen sie in Zukunft hinzuzufügen. Wäre ja ein Anreiz auch eben diese Quick-Match-Funktion häufiger zu nutzen. Dann wegen der Personalisierung haben wir noch ein bisschen was an Feedback, nämlich zu den Farblinsen am Helm. Sie sind bereit, die Farblinsen mit dem nächsten großen Update herauszubringen. Das heißt Anfang Dezember wahrscheinlich werden hier mehr Optionen für die Helme kommen. Dann mehr als vier Anpassungsslots. Das hat derzeit keine Priorität. Wir konzentrieren uns derzeit lieber auf die Entwicklung anderer Funktionen. Wir werden später darauf zurückkommen. Dann Anpassungs-Add-ons. In Zukunft wird es noch mehr Anpassungsmöglichkeiten geben. Präzisere Anpassungsoptionen sind ebenfalls ein Muss. Dann mehr Helmanpassungen-Muster. Daran arbeiten sie aktiv dran. Es wird im Laufe der Lebensdauer des Spiels verfügbar sein. Also das kommt noch mit Helmanpassungen-Mustern. Möglichkeit zum Umfärben von Stoffstücken und Wappenrücken. Wir können darüber nachdenken, diese Option spätestens zuzufügen. Aber ein zufriedenstellendes Qualitätsniveau für diese Funktion zu schaffen, ist schwieriger als es aussieht. Also auch etwas, was vielleicht eher noch ein bisschen in weiter Ferne liegt. Dann Farbanpassung des Lieutenants. Dies hat grünes Licht bekommen. Weitere Anpassungsmöglichkeiten für Helme sind in Planung entsprechend anderer Chapters. Und andere Hautfarbe vom Marine. Warum die Hautfarbe? Egal. Wir arbeiten derzeit an einer Option zur Anpassung des Kopfes vom Space Marine. Das haben sie ja schon mal gesagt, geteasert, dass es wohl Anpassungen fürs Gesicht geben wird, dass man verschiedene Gesichtstypen vielleicht auswählen können wird. Das finde ich persönlich ziemlich cool, dass das noch gehen wird. Und erlauben sie die Platzierung von Deathwatch-Symbolen auf der rechten Schulter. Ja, daran wird bereits gearbeitet. Ja, und hier einfach noch kurz zur Halloween-Feier ein bisschen Gore-Effekte. Ja, das sind halt ein paar Screenshots aus der Community. Und ja, was soll ich dazu sagen noch als Fazit unten drunter? Hier lesen wir zum Beispiel, habt Geduld, Marines. Also ich habe immer noch den Eindruck, dass sie jetzt, ja, diesem Interesse auch gerecht werden wollen, das jetzt noch besteht. Man sieht natürlich, und das ist, denke ich mal, kein Wundernis für uns alle, dass natürlich zum Release-Beginn hier mega hohe Spielerzahlen waren. 225.000 ist schon eine ordentliche Hausnummer, auch richtig krass für ein Warhammer 40k-Game. Und dann geht es natürlich runter. Irgendwann ist der Drops halt dann auch gelutscht. Und man sieht dann, dass es immer mal wieder dann ein paar Erholungen gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel auf den letzten Monat zurückgeht, dann kommt hier nochmal ein bisschen hoch. Und jetzt aber der Trend ist eher langsam abnehmend, weil halt eben nicht genug neues Zeug da ist, dass sich die Spielerzahlen wieder auf ein Niveau von zum Beispiel hier erholen. Das wird erstmal nicht passieren. Und ich bin mal gespannt, ob sie das jemals wieder schaffen. Ich denke, dafür müsste es ein Content-Update geben, was in einem Schwung jede Menge neuen Content bringt, damit wirklich viele Spieler gleichzeitig längerfristig zurückkehren und diese Abwechslung so reichhaltig ist, dass es viele Spieler einfach permanent genießen oder einfach konsistenter genießen als eine Mission oder mal eine neue Waffe und so weiter. Es ist schön, dass das kommt. Da möchte ich gar nicht sagen oder sagen, boah, das ist ja blöd, sondern es ist schön, dass überhaupt dann jetzt was kommt im Nachhinein. Hätte mir persönlich gewünscht, dass es einfach mehr in größeren Updateschüben kommt und vor allem schneller Maps kommen, neue Operations und mehr Waffen und sonstige Sachen, die einem den Grind wieder motivierender machen und belohnender, lohnenswerter einfach. Das sehe ich momentan nicht. Das sehe ich auch im Dezember jetzt nicht so wirklich. Aber ich bin mal gespannt, was mit diesem Dark Angel Chapter dann noch kommt. Also mit diesem Update von den Cosmetics, wie cool die sein werden, wie viel Bock man da darauf haben wird und natürlich auch wie die neue PvE-Mission aussieht. Freut ihr euch auf dieses Update, Leute? Lasst mir gerne unten einen Kommentar da, ob es euch heute hier gefallen hat mit den Infos und News, die wir bekommen haben für Space Marine 2. Danke euch fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Video vielleicht. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.